I just took the... weist... weil... Ja Marco, das ist... Fierst... gott... schütteln... Aha... Marco, das ist ne Zombie-Apokalypse Ja und? Trotzdem kann man die Reime verfallen... Die... die... die Anspielung ist anders... Die Anspielung... die Anspielung... Man... Mann hier ist das irgendwo ein Boomer... Ah, wir müssen hoch... Na... Müsst ihr hoch? Jep... Ich war grad ganz oben... Äh... hier dann... Und oben war nur ne Waffe... Doch, hier war ich... Hier bin ich hochgegangen... Eben genau hier... Achso, aber in die Richtung... Wenn ich nicht gehe... Mann, ich will den Boomer... Hab ich ihn! Ah, du bist so n Hurensohn... Nur weil mich der Scheiß Splitter erwischt hat... Ich hab ja... Mich hat der Boomer allerdings auch nicht gekotzt... Oder... Als er explodiert ist... Hat er dich auch gekotzt zufällig? Ja... Haha... Wölfe Kacktel... Oh, ich hatte jetzt davor einen Splitter erwischt... Glaub ich... Oh... Oh... Danke zu Nick... Oh, Nick ist so n Schnuckelchen... Der... Der teilt immer seinen Krabbeln mit einem... Paul, dass du auf mich schießt... Hey, das war ich nicht... Ich... Ich war's sogar echt nicht... Haha... Hab'n Smucker erwischt... Du bist übrigens falsch... Für dich... Nope... Na, ich bin falsch... Scheiße... Zumindest sind hier ne Menge Zombies... Scheiße... Das sind alles meine Kills... Lass dichs Tommys in Ruhe... Ah... 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 Jetzt hab ich da Zeit bis ich da bin... Das ist... Das ist das... Das ist das... Das... Das ist das Schlechte daran... Oh... Scheiße... Jockey! Jockey! Haha... Hilfe... Die Hilfe... Ich will keiner helfen Marco... Doch... Nico und Alice... Das ist nämlich... Die Netten hier... Nicht wie du Damien und meine Kills klaut... Au! Bist du ein Arschloch... Warte... Kann ich mir auf dem P-P-P-P-Ausstecken? Umfrage starten? Nein, nein... Aber nicht... Scheiße... Ich wollte nicht, dass du da oben bleibst... Ey, ich meine... Ich... Ich wollte nicht... Ich wollte nicht, dass du es schaffst... Wollte, dass du runterfällst... Ganz toll... Ganz toll... Ich mag... Feier in the hole... Oh... Ähm... Da ist ne Snipper... Ähm... Ne Witch... Ne Witch drin... Ja... Genau... Genau... Auf mich... Ich hab ihn... Ey, war hier nicht das letzte Mal die Witch? Keine Ahnung... Wenn ich mich richtig erinnere, dass ich das letzte Mal gespielt hab, war hier die Witch... Da unten ist die Witch, ne? Ich mach Licht aus... Oh... Was? Nein! Nein! Alter... Sorry... Wenn man richtig die Witch aufgeliekelt, ne? Das ist... Serious... Healing! Äh... Bei irgendeinem Eday-Spiel... Äh... Wusstest du, da... Da gibt's ja irgendwie so einen dunklen Raum... Wenn man da reinguckt, dann sieht man doch drinnen ne Witch... Ne Witch? Witch! Und... Wenn man sie... Wenn man sie anguckt, springt sie irgendwie so vorhin... ... Alter, der Nick ist so ein Wichser... Wieso... Er hat mich gerade rausgehalten... Ja, aber... Er hat dich... Zwischen mich und den Charger gestellt und damit meine... Mir meinen Kill geklaut... Ey, ja... Hier ist Dingens... Äh... Explosiv... Ähm... Warte... Das CD mach ich hier hin... Hm... Wo isst du denn? Ach, da bist du... Na... 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 Scheiße... Oh... Oh... Ich brenne aus irgendwelchen Gründen... Ich hab ihn... Oh... Da oben ist ne Kiste mit... Äh... Unendlich Spritzen... Ich geh mal direkt wieder zurück und hol mir... Ja... Äh... Äh... Heil mich mal... Halt... So... Krass hoch wie ich noch kein... Ok... Ich warte unten auf der Treppe... Huch... Warum... Warum blinkt denn mein Handy? Huch... 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 Kommst du? Guck mal... Guck mal... Ich bin halt einfach... Voll mit Temporär im Leben... Tue so... Ich bin einfach mega schnell von der Spritze... So... Oh... Ja... Oh... Ah... Hier kannst du nicht arbeiten... Weißt du... Diese ganzen... Die blocken mich halt alle... In diese scheiß Säure... Mann... Oh... Das ist voll near... Das finde ich nicht toll... Finde ich ganz doof... Finde ich ganz doof... Puh... 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 Wo ist das? Nichts... Oh... Kacke... Oh... Da ist nur ein Medi-Pack... Ich hab schon selbst... Ein... Sogar ein Ersatz... Ich bin... Ich bin jetzt auf 80... Hab weh... Und hab sogar noch ein Medi-Pack... Finde ich sehr vereint... Scheiß... Ich hab mir mit einem R gerechnet... Alter... Wie viel du einfach mit der Schrot wegräumst... Denk hab ich die Schrot auch... Wer ne? Juck... Dang it... Also... Was denn? Verständlich! Verständlich! Alter, wenn ich mich mal einfach sieht. Du warst einen Charger? Oh, ich hab keine Monie mehr. Der Wagen gerade eben, gerade eben war der Monie. Ich hab nicht gesehen, dass ich überhaupt noch Monie hab. Ja, immer Monie nachfüllen, egal wie wen du hast. Ich hab nicht gesehen, dass da so ein Monie-Ding war. Ach so. Alter. Ich steh in der Säure und... Alter, das ist doch wohl so schnell im Weg. Witzahl. Ich war einfach durch die Gerante. Ja, du und ich war schon am Anfang. Beziehungsweise noch am Anfang. Ich war doch bestimmt irgendwo... Ich hab bestimmt irgendwo Munition, oder? Ah, da ist Munition. Und die Red-Pain-Slipper. Yeaaay. Ah. Was ist die Szene, wo endlos alleine Zombies kommen? Noch nicht zu machen, noch nicht zu machen, bitte. Nein, ich mach nicht zu. Oh, Alter. Puh. Das war knapp. Müssten wir echt noch die Kills fahren, Marco? Ja. Oh. Oh. Oh, Alter. Ich geh lieber rein. Ich kann nicht durch die Wand schlagen. Jetzt komm rein. Warte. Das ist ein Molly, die will ich für die nächste Welle nutzen. Hehehe. Ich hab den Spitter getötet. Oh scheiße. So, und tschüss. Hilfe! Du bist so ein Arschloch, weißt du das? Boomer! Und tschüss! Hehehe. 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 Du nimmst dir diese Scheiße zusammen in dem Gedanken, dass das fair ist. Hehehe. Hehehe. Hör auf damit, Alter! Alter, ne? Hehehe. Keinen einzigen Schuss getroffen hat. Richtig? Scheiße. Nein. Hey! Ah, das ist ein Mensch, das ist gut. I've been thinking about that. Ich bin nicht wirklich glücklich von ihm. Ich hab ihn nicht glücklich von ihm. Ich bin wirklich glücklich von ihm. Aber was? Du willst hier leben? Ich bin fast tot. Warte, komm her, komm her. Nein, ich muss hier angreifen. Ich verfiss dich. So, dann machen wir das D-Tour. HAH! JA! Weißt du, du willst mich verheilen und du reifst mich an. Jetzt hast du Pech gehabt. Lass das, ich bin tot. So. So. So, jetzt hast du den Weg weg. Na, indem ich dich fünfmal getötet habe. So. Jetzt hör auf. Nein, ich hab keine Beardypacks mehr. Warte. Ich hab dich gekillt, aber dein Körper fliegt nach oben. Ha ha ha, ha ha! Ha ha ha! aniowych Auf nahe Distanz ist das die bessere. Darum bin ich mal weggegangen. Auf nahe Distanz. Warte, kann ich deine Perspektive gucken? Warte, welche Perspektive ist das? Oh scheiße, das war die Quest, wo wir die ganze Zeit richtig krass verkackt haben. Warte, was für eine Knarre hast du gerade? Die M4. Oder M16. Da, wo? Trotz hatte hab ich die M16 glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, oder wenn das eine M16 ist, vielleicht auch M4 oder so, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Sieht mir ziemlich nah an der M16 aus. Hm... Äh... Je nachdem welches Modell älter ist. Ich glaube die M4 ist älter. Dann müsste das die M4 sein. Ha! Der fucking Smoker hat dich. Nee, verdammt. Du bist immer noch nicht am Eben. Hä, nein. Warum sollte ich denn? Ich weiß nicht. Aber ich kann nicht... Aber ich kann nicht... So stimmt, du schläfst ja nicht nur. Ja! Da ist nichts mehr dran. Ja! Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Smoker! Ich hab einen. Oh. Ops. Ohne Witz, ne. Ich hab einen ganzen Karton voll mit leeren Energiedosen. Du musst dich unbedingt mal zum... Äh... Mal... Als Pfad wegbringen. Kannst dir den auch GTA 5 kaufen. Ne. Ganz so viel wird wahrscheinlich nicht sein. Ja, genau. Nochmal. Ja. Oh, da... Links sind's... Ich glaub ich ein Smoker. Links. Okay, jetzt nicht mehr. Links. Was? Ja, eben gerade, als du geradeaus geguckt hast. Da war links ein Haus. Ich glaub da war ein Smoker. Bei 100% bin ich wieder nicht. Ja. Oh, du bist... Du bist vielleicht tot. Ja, Alter. Halt auf, ihr alle. Ich hab einen. Das ist einfach... Oh, pfff. Wie weit? Halt auf, ich hab was. Reloading! Ah, okay. Nee, es könnte auf der... Ähm... Der Typ da oben gewesen sein. Ich weiß gar nicht wie der heißt. Ich hab einen. Ah! Ja, natürlich. Voll entspannt gewesen. Natürlich. Was auch sonst. Mann, ich will wieder mitspielen. Boop 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 boop. Oh nein, Alice ist down! Marco! Was denn? Du bist eine wichtige Hilfe, die mich killt. Guck guck. Open the door. Gotta go fast. Gotta go fast. Oh ja, ich hab mich ver... äh, Lick ist so ein Schätzchen. Komm, mach hin. Schneller, Lick. BOOM! Ich hab falschen Stoff gedrückt. Eigentlich wollte ich nicht dem Typ da auf der Brücke eine Quickscope geben, aber... Ich hab leider rechts statt links Glick gemacht. Schraube, ich hab Glick gemacht, da-da-wallah. Helo, grabbin' a shot! Grabbin' a shot! Enter halbaut. Falsch! Boah! Gemma, wir sind alles gut. So, ich hab noch gesagt.